Aber ich werde ja nicht fertig hier. Der Enne ist gerade weg. Da kommt schon wieder der Nächste an, geschissen. Auch irgendwie ein ganz merkwürdiges Strahlbild. Hatte der Enne eben auch schon zwei verschiedene dicke Strahlen. Bei dem fängt einer früher an und der andere fängt ein bisschen später erst an. Ganz normal alles. Vielleicht kriegen sie ja noch ein bisschen mehr Farbe da hinten in den Sundog rein. Wäre eigentlich wünschenswert. Eine buntere Welt. Super sieht das aus. In einer totalen. Das macht das ein paar Mal. Auf Wiedersehen! Düsseldorf! Vielen Dank.